Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Computerspiele für den Unterricht hier aus dem Zentrum für didaktische Computerspielforschung an der PH in Freiburg. Mein Name ist Yannick Stechel und gemeinsam mit meinen KollegInnen Jan Böllmann und Maja Römer besprechen wir heute das Spiel Martin Luther auf der Spur, ein Zeitreiseabenteuer. Bei diesem Spiel geht es, wie der Name schon sagt, um eine Zeitreise in die Zeit von Martin Luther, also ins 15. und 16. Jahrhundert. Das Spiel wurde 2017 anlässlich des 500-jährigen Reformationsjubiläums programmiert, und zwar von MMC Games. Das Spiel lässt also die Spielenden eine Zeitreise machen und die Spielenden erkunden in knapp 20 Szenen verschiedene Orte aus dem Leben Martin Luthers und lösen dort Rätsel. Dabei schiffen die Spielenden in die Rolle der Studenten Simon und Clara, die dem Historiker Professor Sterner dabei helfen wollen, Objekte für eine Ausstellung rund um Martin Luther zu sammeln. Zufällig entdecken Simon und Clara im Archivkeller eines Museums dabei eine alte Zeitmaschine, die sie wieder zum Laufen bringen. Gemeinsam entscheiden sie sich dann, diese auch zu nutzen, in die Zeit Martin Luthers zu reisen und dann also Artefakte für die Ausstellung von Professor Sterner zu sammeln. Die Geschichte um Simon, Clara und Professor Sterner dient also als Handlungsrahmen für die einzelnen Zeitreisen. Ich würde sagen, wir schauen direkt rein ins Spiel und wir bedanken uns wieder bei unserer Hilfskraft Julius für das Spielen dieses Spiels. Und ich frage direkt mal in die Runde, bei diesem Spiel gibt es ja 20 verschiedene Szenen an verschiedenen Orten. Habt ihr vielleicht eine Lieblingsszene unter diesen? Ich würde sagen, meine Lieblingsszene ist wirklich die am Anfang, du hast ja gerade schon die Geschichte ein bisschen dargestellt, man entdeckt zufällig eine Zeitmaschine und der ganze narrative Rahmen ist schon ein bisschen Hanebüchen. Mit dem muss man ein wenig klarkommen und ich mag eine Szene ganz am Anfang, als sie die Zeitmaschine entdecken, können sie die nicht sofort nutzen, weil eine Schlange, diejenigen, die sich ein bisschen mit biblischer oder christlicher Metaphorik auskennen, haben da schon direkt eine Idee, das Steuermodul für die Zeitmaschine verschluckt hat. Zum Glück für die Schlange genau in dem Moment, in dem wir es brauchen, denn so können wir die Schlange retten und die Maschine wieder in Gang bringen. Und das zeigt mir ein bisschen, oder war für mich eigentlich die Lieblingsszene, weil ich dachte, okay, das ist wirklich sehr abstrus und das erinnert mich ein bisschen an die guten alten Adventure Games, wo manchmal auch Rätsel keine richtige Funktion erfüllen mussten. Ansonsten gibt es natürlich die ein oder andere Episode, die mehr oder weniger lehrreich ist. Ich habe auch gerne eine Vogelscheuche gebaut, wenngleich es auch da wieder, die Frage ist, inwieweit man für Martin Luther unbedingt eine Vogelscheuche braucht. Ich fand eigentlich die kleine Trickszene sehr schön. Also in einer Szene geht es darum, dass ein Stock in den Boden gerammt wurde und es wird auf ein Wunder gewartet, nämlich dass dieser Stock anfängt zu blühen. Und wir als Spielerinnen dürfen an dieser Stelle eben ein wenig tricksen und einen Baum, der ein bisschen weiter entfernt steht, umpflanzen an die Stelle von diesem Stock, um dann eben dieses Wunder herbeizurufen. Und die Szene fand ich irgendwie einfach sehr nett gemacht und musste einfach grinsen in dem Moment und dachte mir so, ja, so kann man ein Wunder auch herbeirufen. Ja, sehr schön. Jan, du hast schon gesprochen über quasi die Rätsel, das ist ja so eine Art Point-and-Click-Adventure. Wie würdet ihr beide den Schwierigkeitsgrad einschätzen, der da abgerufen wird von den Spielenden? Willst du zuerst? Ja, also ich muss sagen, ich fand das eigentlich sehr angenehm. Man konnte viel ausprobieren, man musste aber auch aufmerksam sein. Also manche Rätsel konnte man nur lösen, wenn man eben die Dialoge relativ genau angeschaut hat und eben vielleicht auch irgendein Wissen, wo man zuerst dachte, das brauche ich ja gar nicht. Warum muss ich zum Beispiel wissen, dass der Mönch ein Messer bei sich trägt? Das hat man dann später eben gebraucht, dieses Wissen, um weiterzukommen. Aber insgesamt, fand ich, waren die Rätsel wirklich gut lösbar und auch mit Logik sehr leicht zu lösen, dass ich jetzt sagen würde, es ist nicht so, dass man viele Hilfestellungen brauchen würde. Sehe ich auch so. Also der Schwierigkeitsgrad ist sehr niedrig, aber eben genau dieser Bezug auf die Figurenrede ist ja das, worauf es dann auch ankommt, weil über die Figuren erfährt man dann eben viel über das Leben von Martin Luther oder die Zeit, zu der Luther gelebt hat. Und das ist eine ganz schöne Verknüpfung. Es ist jetzt nicht so das Spiel, wo ich sagen würde, das spielt man zu Hause privat, weil man so viel Lust aufs Knobeln hat. Aber wenn es darum geht, Dinge zu lernen über die Zeit, da sind die Rätsel eine schöne narrative Rahmung für die Informationen, die man dann auch, glaube ich, für den Religionsunterricht ganz gut nutzen kann. Jetzt gibt es eben halt diese 20 Umgebungen. Es gibt eine Kurzversion und es gibt eine lange Version tatsächlich, weil das Spiel entwickelt worden ist, tatsächlich für den Einsatz in Schulen. Könnt ihr vielleicht kurz erklären, wo da die Unterschiede bestehen und für welche Klassenstufen das Spiel dann geeignet ist? Ja, also die lange Version mit den 20 Szenen ist eher für die Sekundarstufe 1 ab der 7. Klasse. Die Kurzversion ist gedacht für Grundschule auch. Das ist sprachlich ein bisschen einfacher. Fünf Szenen sind weggelassen. Und man hat dann eben auch für den Einsatz in der 4. Klasse das Ganze so einigermaßen im Blick. Im Grunde genommen glaube ich aber auch, dass selbst die schwierige Version für jüngere Kinder durchaus machbar ist. Also das ist jetzt nichts, was sie groß überfordert. Da braucht man vielleicht ein bisschen mehr Hilfestellung. Da würde ich dir aber auch zustimmen. Und das Gute ist ja auch gerade für die LehrerInnen gibt es ja auch diese Hilfestellung. Also es gibt die Lösung und alles online. Das heißt, man kann sich davor wirklich einmal kurz einlesen und schauen, wie da die eigene Klasse ansehen und sich überlegen, passt das? Passt das für meine 4., 5., 6. Klasse mit der langen Version oder bleibe ich bei der kurzen? Jetzt ist das Spiel natürlich klar, es behandelt Martin Luther, also vorprogrammiert für den evangelischen Religionsunterricht. Jan, du bist ja von Haus aus katholischer Religionslehrer. Wie siehst du das? Könnte man das auch in diesem Fach anwenden, das Spiel? Ja, es ist halt wirklich ein Religionsspiel. Also gerade wenn es um Wissensvermittlung geht, sehe ich das Spiel wirklich als großes Potenzial. Man muss so ein bisschen, ich tue mich mit dem Spiel ein bisschen schwer. Auf der einen Seite, glaube ich, ist das eine schöne spielerische Art, viel über Luther und seine Zeit zu lernen. Und dafür finde ich das toll. Aber wenn man mit dem Guy Michelin sagen würde, sozusagen ein Stern heißt, es lohnt sich zu stoppen, zwei Sterne lohnen einen Umweg und drei Sterne lohnen einen eigenen Urlaub, würde ich sagen, lohnt das ein Stopp? Aber das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das muss man unbedingt gespielt haben. Sonst muss man den Religionsunterricht aus meiner Sicht nicht unbedingt umbauen, um zu diesem Spiel zu kommen. Aber wenn es in den Unterricht passt, dann ist das vielleicht eine schöne methodische Sache und da lohnt es sich auch, da mal einen Blick drauf zu werfen. Jetzt bietet das Spiel eine Zeitreise ins 15. oder 16. Jahrhundert. Ist dann das Ganze auch was für den Geschichtsunterricht? Wie seht ihr das? Ich glaube, für den Geschichtsunterricht wirklich eher nur als kleine Einheit, um vielleicht spielerisch auf die damalige Zeit einzugehen. Also so eine Erkenntnis, wie früher wurde mit einem Gänsekehl geschrieben. Das ist was, wo ich denke, vielleicht nicht mehr alle Schülerinnen wissen und wo dann einfach ganz nett sein kann, das mal zu sehen. Und auch eine Vogelscheuche. Ich glaube, nicht jeder weiß, wie eine Vogelscheuche aussieht und was das war. Aber ich würde jetzt persönlich sagen, dass wir nicht so viel über die damalige Zeit erfahren, was den Geschichtsunterricht angeht, dass es sich jetzt wirklich lohnt, das Spiel auf Biegen und Brechen einzubauen. Sondern wenn man einfach sagt, ich würde gerne so ein bisschen spielerisch was erkunden, ein, zwei Sachen vielleicht aufgreifen, als kleine Einführung würde ich das eher sehen. Und was halt schön ist, wir haben natürlich die sehr kurzen Episoden. Das ist also nicht wie in anderen Spielen, wo man dann 20, 30 Minuten an so einer Episode sitzt, sondern die sind dann halt in 5 Minuten flott durchgespielt. Und es gibt Speicherpunkte zu jedem der Level. Das ist auch sehr schön. Also Level kann man es ja nicht nennen. Zu jedem der Episoden. Das heißt, wenn wir als Lehrkraft irgendwo in eine spezifische Episode reinspringen wollen, geben wir einfach den Code ein, der dazu gehört, und dann sind wir sofort da. Das finde ich sehr charmant. Und da kann man gegebenenfalls auch Anknüpfungspunkte finden. Aber gerade beim Geschichtsunterricht wäre ich skeptisch, weil einfach es doch zum Teil sehr frei interpretiert wird. Allein, dass die beiden Zeitreisenden dann in ihren normalen Straßenklamotten des 21. Jahrhunderts dann plötzlich im 15. und 16. Jahrhundert stehen und es nimmt keiner wahr. Darüber kann man dann schon aus narrativer Sicht ein bisschen verwundert sein. Also jetzt für den Deutschunterricht wäre ja auch ein Fach, wo man sagen könnte, oh Adventure Games, das halte ich ja immer hoch, wäre das jetzt keins. Weil da ist es mir handlungslogisch an einigen Stellen doch ein bisschen zu wild. Welche speziellen Voraussetzungen stellt denn das Spiel jetzt für mich als Lehrer, als Lehrerin, wenn ich das einbringen möchte, muss ich da jetzt spezielle Technik haben oder muss ich bestimmte Voraussetzungen in einer Lerngruppe schaffen? Wie seht ihr das? Also was die Technik angeht, finde ich, ist es sehr gut zugänglich. Man kann es einerseits im Browser direkt spielen, wenn man möchte. Es gibt aber eben auch die Download-Version für Windows und Mac. Das heißt, das geht problemlos. Und das Spiel ist kostenlos, was ja auch immer ein ganz netter Nebenfaktor sein könnte. Ansonsten finde ich auch an Voraussetzungen, was das Spielen selber angeht, braucht man keine großen Vorerfahrungen mit Computerspielen. Das ist sehr leicht zugänglich und ich muss jetzt nicht irgendwie mit ganz neuen Steuerungen oder Ähnlichem zurechtkommen. Das sehe ich auch so. Was ich ein bisschen, oder was ich noch betonswert finde an der Stelle ist, dass wir natürlich vielleicht ein bisschen Vorwissen zu Luther haben sollten. Denn der alte Meister kommt selber gar nicht vor, sondern man kreist immer wieder um ihn herum. Also es ist schon so, dass es dann, wenn wir in Rom sind, dann heißt es, ah ja, da drüben ist er übrigens, aber er begegnet uns so nicht, dass wir jetzt mit ihm groß in Austausch treten könnten. Das heißt, wir müssen schon sehr genau dahin lenken, dass das jetzt unser Thema ist, um dann hier gezielt Wissenerwerb zu betreiben. Dann macht es total Sinn. Ja, und es ist relativ niedrig, wenn ich das Material ja schon erwähnt, wo wirklich von der Komplettlösung über Unterrichtsmaterialien ist relativ viel vorhanden. Das macht schon Spaß, damit dann auch zu arbeiten. Okay, super, alles klar. Ich würde sagen, dann haben wir die wesentlichen Aspekte hier zu diesem Spiel einmal aufbereitet. Also es geht um das Spiel Martin Luther, ein Zeitreiseabenteuer. Ein Spiel, das verfügbar ist, sowohl für den Browser als auch eben halt zum Unterladen, verschiedene Betriebssysteme. Man kann es ganz wunderbar also niedrigschwellig einsetzen. Es gibt zusätzlich noch Unterrichtsmaterialien online, die man sich anschauen kann. Eine Kurzversion, eine Langversion, speziell für verschiedene Klassenstufen. Man kann also in 20 Szenen mit verschiedenen kleinen Rätseln das Leben Martin Luthers erkunden. und die Schülerinnen und Schüler können ein wenig in die Zeit reisen, die Martin Luther so geprägt hat. Also ich würde sagen, das war es von uns für diese Episode vom Computerspiel für den Unterricht. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir hoffen euch alle beim nächsten Mal dann auch wieder vor dem Bildschirm zu sehen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. 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 Ich weiß nicht. Ich bin in einer Kirche.